es ist die leute am sonntag ist der schulsch zum sonntag part 1 ich nehme jetzt hier zwei sachen auf nummer so ich red auch gerade leise weil ich bin so und ich muss gleich noch zur arbeit ja ich darf gleich arbeiten gehen schön war irgendwer hatte mal die geniale idee zu sagen sonntag da ist jeder frei warum warum da nicht auch noch arbeiten warum soll der einzelhandel denn sonntag nicht auch arbeiten warum auch nicht der typ der sich das ausgedacht hat der gehört in den arsch gefickt aber ganz hart ich könnte kotzen wenn ich daran denke dass ich jetzt gleich wir haben wir haben gerade mal wir haben elf uhr ne zu der zeit denke ich gerade mal nach was ich jetzt diesen tag mache und was mache ich jetzt mache mich gleich fertig und geht zur arbeit for fuck's sake ich gehe zur arbeit und werde sechs stunden arbeiten was kriege ich dafür zwölf überstunden deswegen ist das auch hier alles so in ich halte meine kamera selber format und nicht ihr wisst ja deswegen was soll ich sagen zu dem was euch nächste woche erwartet leider erwartet euch nächste woche nichts ich gucke auch die ganze zeit auf den bildschirmes ist mir gerade sowas von latte überhaupt ich habe null bock gleich los zu müssen und habe absolut kein nerven es ist gerade helllichter tag wenn ich das hier render und hochlade ist es abend das garantiere ich euch da ist abend und hier jetzt ist gerade mal das ventilator es ist tag es ist helllichter tag elf um morgens gute tagzeit ich würde jetzt eigentlich gleich mir ans aufnehmen setzen wenn ich nichts verarbeiten müsste ich kann euch schon mal jetzt was spoilern was ich doch nicht kann ich habe die hülle nicht mehr hier ja gut was ich sagen wollte nächste woche kommt leider mal nichts ja ich kam noch nicht dazu wirklich aufzunehmen dass ich jetzt heute arbeiten muss fügt sich nur dazu weil sonst hätte ich rein theoretisch heute kingdom hearts final mix 2 final mix angefangen und das ist dann auch gerendert und hochgeladen und hat das dann gemacht da ich so jetzt nicht dazu kommen und morgen auch schon wieder arbeiten davon ist donnerstag wieder frei habe ich gesagt ich mache jetzt muss leider diese woche mal aussetzen bis auf wochenende natürlich versuchen werde ich wahrscheinlich wieder masker machen das hat jetzt auch ein bisschen länger sich mal gehalten und ja heute habt ihr eine folge little inferno gehabt und ja das ist auch leider bis nächste woche samstag erstmal alles mehr kann ich euch momentan nicht bieten und das andere projekt was ich von der wii aufgenommen habe das da brauche ich noch eine thumbnail für da bin ich auch noch nicht fertig gerendert werden muss es auch noch und deswegen schaffe ich leider alles nicht heute ich werde also eine woche jetzt mal leider pause machen müssen weil ich arbeiten muss wie so ein geistesgestörter und verdienen die sich wundern warum ich mir das überhaupt antur weil das ist alles eigentlich freiwillig der verkaufskackte sonntag der ist eigentlich freiwillig ne und warum ich das mache nämlich am 13 november da bin ich weg für ein wochenende und ich habe mit meinem neuen semi chef ein deal gehabt ich mache beim sonntag mit dafür kriege ich in dem in der woche freitag und samstag frei damit ich nach düsseldorf fahren kann und hier will ich weiß nicht habe ich das mal erzählt wir machen die dh gruppe so jährlich treffen so mindestens einmal im jahr wollen wir das immer machen und keksgeburtstag ist da und da will ich dann ja will ich hin und dafür habe ich frei gebraucht weil sonst hätte ich früh arbeiten müssen denn in die bahn dann drei stunden nach düsseldorf wenn du morgens um sechs aufgestellte zur arbeit warst und dann bist du abends erst da und da könnte ich kotzen habe ich keinen bock drauf deswegen habe ich mir gesagt so er musste so machst du mit wird schon wie gesagt ich habe keinen bock jetzt gleich los zu müssen und ich schnack mir hier schon wieder ein ab aber ja ich habe auch noch ich bin auch noch unrasiert das möchte ich noch hinzufügen ich bin momentan noch unrasiert manchmal sieht das gut aus an mir manchmal nicht aber ich glaube gerade sieht das echt ganz gut aus meine haare sehen scheiß aus ich mag es nicht wenn sie pur braun sind so langweilig ich muss wieder zum friseur bis zum nächsten mal sehr ich wünsche eine schöne maur bis zum nächsten mal sehr laut